Nathalie Schmid hat schon auf viele Plätze an der Weltrande rumgekommen und hat auch schon auf viele Plätze geschafft. Leider wissen noch nicht viele Schüler, wie es dir ein gutes CV schreibt oder eine lettre der Motivation soll ausgesehen. Heute probiert unsere Schüler am Lissé, der dann in einem Workshop ein bisschen mehr nachzubringen. Wer ist die Idee, an die Schule zu kommen, über einen Sternen? Das ist wegen der Initiative von Rita Bola, die mich kontaktiert hat, die gedurchtet hat. Also in dem Sinne, es wäre interessant, dass ich direkte Informationen und Schüler gehen, weil sie nur noch über die Proppe zu führen. Da ist die Schüler wirklich auch Praxis, noch Tipps zu geben und auch direkt vom Terrain zu sprechen. Wie gut sind die 4-Germ-Schüler heute vorbereitet, das sie zu schreiben? Ja, ganz unterschiedlich. Also die hat verschiedene, die schon eine ganz gute, propere Struktur hatten. Und einer wird eher brüjant. Aber es wäre doch ganz wichtig, dass es nicht immer nur der CV, um den es geht. Das ist an dem Sinne, an der Stelle, wo ich auch den KU gesetzt habe, geht mir darum, für sich mal Gedanken zu machen, was will ich hier machen. Also für den Tag, also für den Vakanzensjob, was macht mir Spaß. Und da am Vielfalt schon die froh, sich zu stellen, aber ja, wenn ich eine Firma gebe, möchte ich mich interessieren, will ich an meiner Gemeinde bleiben? All die Sachen, die schwarzen ich an dem Sinne am KU. Und da komme ich dann zum Motivationsbruch und nur zum CV. Also ich will Ihnen zum Beispiel Tipps geben, wie Sie sich von der Masse herausheben können. Das ist, weil als Patron kreiert Ihnen relativ viel CV, und es kreiert Ihnen eben auch, wenn ich einen Anlass schalte. Also ich denke, so Initiativ, Jobfrohe, kreiert Ihnen relativ viel. Und dann, also der Beweis ist, dass ich Ihnen dann da mit dem Brief an meinem CV einen guten Andruck möchte. Und den guten Andruck, den kann ich dann in dem Sinne vermitteln, an dem ich ja echt nicht mal weiß, dass ich einen Fotodruck mache, dass ich nicht unbedingt mit einem Selfie mache. Das sind so kleine Tipps, dass ich auch persönlich kann lernen, dass ich auch persönlich zu Kontakt kommen kann. Das sind so Sachen, die sich vielleicht die Jungen nicht direkt trauen. Das versuche ich dann in dem Sinne zu vermitteln, an eben auch so, ich finde immer zu sagen, oh, ist die genial, ich meine all diese Sachen, aber auch zu sagen, okay, was braucht ihr? Ich muss ein bisschen informiert. Ich weiß, was den Patron kennt sich schon. Oder eine Menge Motivation für heranzukommen. Weil das ist ultimativ, das was den Patron immer sich schon als ein Junge, der nicht motiviert. Sie wissen, sie haben keine Erfahrung mehr, in denen die Lust hat, den Beruf zu lernen oder die Lust hat, einfach mal Erfahrungen zu sammeln. Und das versuche ich dann nicht hin, an den Zwischenden zu vermitteln. Du willst, brauchst du deine Arbeit? Für deine Wachzimmer? Im nächsten Mal für Code, wenn du das auch noch so über sie sitzen. Okay. Wenn du in all der CV ihn zu lesen kriegst, da weiß ich noch, dass sie ihn bei den Jungen noch ein bisschen mehr bestürt. Ich wundere mich, wie viel er zu lesen kriegt und wie viel er noch zu gemütet kriegt. Das ist nicht wirklich ganz bewusst, weil das ist ein bisschen von einer Fräschheit, wo ich mal so, stellen sich die Leute nicht froh, wen du da sitzt und wegen der Firma. Das ist wirklich Leute, wirklich kein. Wenn ich mache, copy-paste, ich mache mal 50 Motivationsbräume, dann ist es auch normal, dass du keine Antwort kriegst. Du gehst nicht bei allen Personen, siehst, salut, die selbst. Oder weiß ich auch, salut, ich fand das interessant, dass ich mich treffen will. Der Kontext, das versuche ich Ihnen noch zu vermitteln, dass es eine andere Sache ist, wie sich kennenlernen und das bei einem beruflichen Parcours.